Hallo YouTube und willkommen zu einem weiteren Technik-Faultier-Video mit dem Microsoft Lumia 640 Smartphone. Diesmal richten wir das Gerät ein. Wir schnappen uns unsere Micro-SIM-Karte, durchlaufen den Installationsprozess, gucken dann einmal, welche Apps sind vorinstalliert und wie viel Speicherplatz ist noch verfügbar, denn das Gerät hat nur 8 GB internen Speicherplatz. So, wir öffnen das Rückseiten-Cover-Rückseite und dann von oben Nägel rein und dann einfach ziehen. Das geht relativ einfach. Ich hatte ja eben den großen Akku schon reingeschoben. Der muss jetzt aber erstmal raus, denn ansonsten kommt man nicht an die Micro-SIM-Karten-Slots. Jetzt müssen wir mal gucken. SIM 2, SIM 1 mit der Ecke da rum. Ich benutze jetzt hier einfach meine Aldi-SIM-Karte. Ist eine Nano-SIM in einem Micro-SIM-Karten-Adapter. Und jetzt genau natürlich falsch rum. Jetzt arbeitet die Schwerkraft gegen mich, denn die Nano-SIM fliegt jetzt aus dem Micro-SIM-Adapter und die muss jetzt so rein. Geht dann, öffnet sich natürlich, aber deswegen mache ich es hier mal ein bisschen unter. Na, komm her, Schwerkraft, sei mein Freund. Na, komm, lass dich drücken. Das ist jetzt natürlich genau falsch rum konstruiert für so einen Adapter. So, wir versuchen es nochmal. Und, und, und. Zärtlich, gefühlvoll. Nein, da fliegt jetzt die Nano aus dem Adapter. Also das ist natürlich, wenn man da eine richtige Nano-Karte hat, geht das natürlich einfacher. Ich könnte natürlich jetzt die Nano-SIM auch da irgendwie reinkleben oder sowas, Stückchen Kaugummi. Aber dann kriege ich sie nachher nicht mehr aus dem Adapter raus. Deswegen machen wir das Ganze jetzt nochmal. Ha, hochkant geht auch. Und man hätte denken sollen, denn das ist jetzt natürlich genau falsch rum. Der Chip muss ja nach unten. Und jetzt habe ich hier die Nano-SIM-Karte drin. Da verzweifeln wir aber nicht. Wenn eure Fingerchen nicht lang genug sind, um so eine Karte dann wieder rauszukriegen, schnappt euch einfach eine Pinzette. So, die Nano-SIM-Karte muss so rum in das Gerät. Und jetzt versuchen wir es nochmal. So, und jetzt haben wir sie drin. Also, schwierige Geburt. Ich glaube, so lange habe ich noch nie viel gebraucht, um eine SIM-Karte mit Adapter irgendwo reinzuschieben. Und Akku wieder drauf. Rückseite wieder drauf. Drücken, drücken, drücken. Alles fest. Sitzt, wackelt und hat Luft. Jetzt der Nano-Ausschalter ist auf der rechten Seite. Den drücken wir jetzt. Es vibriert. Uh, das war schnell. Eine Sekunde, also noch nicht mal eine Sekunde. Halbe Sekunde nach dem Drücken kommt jetzt der Startscreen. Und wir sahen das Microsoft-Logo. Jetzt hat er nochmal vibriert. Und wir sehen nochmal das Microsoft-Logo. Ich weiß gar nicht, haben die das inzwischen verändert? Sieht auf jeden Fall. Also gefällt mir optisch gut. Ich bin ja auch jemand, ich frage mich ja immer, warum gibt es keine Microsoft-eigenen Laptops, wo dann auf der Rückseite auch so ein leuchtendes Kachelfenster ist. Von mir aus auch im Bund oder halt nur so in diesem Weißton, wie Apple das macht. Ich glaube, es gäbe auch bei Microsoft genügend Design-Fanboys oder was auch immer, die sowas gut finden würden. Also, jetzt warten wir erstmal, dass das Ding hochfährt. Und was ich beim Unboxen vergessen hatte, dem Ding liegt natürlich eine Kurzanleitung bei, wo dann nochmal alles erklärt wird. Wo sind die Kameras? Wo sind die Knöpfe? Wie richte ich es hoffentlich ein? Also genau das, was ich gerade auch gemacht habe. Und wie man die SIM-Karten rumkriegt. Guckt mal, da ist jetzt genau die Warnung. Man soll keinen Adapter verwenden. Tüdel, 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 Tü. Nee, ist klar. Also mal ganz ehrlich. Ist zwar nett, dass sie es reinschreiben. Die schreiben natürlich so etwas genau dafür rein, falls der Adapter, die Karte sich da verhakt, dann das Ding nicht mehr rausgeht. Und dann hat Microsoft da Leute, die sagen, mein Telefon geht nicht mehr, weil da irgendwie die SIM-Karte querhängt. Aber gut, wir testen natürlich jetzt gerade auch. Natürlich wird das auch gehen wie bei allen anderen Geräten aus. Aber das ist jetzt natürlich immer sehr witzig, dass ich jetzt nach so einer Einschiebaktion genau an das Ding komme. So, Einrichten des Mobiltelefons wird auch beschrieben. Aber wir machen das natürlich hier audiovisuell. Willkommen, Sprache auswählen, Deutsch, Deutschland. Nach wenigen Schritten ist ihr Handy einsatzbereit. Oh, und guckt mal, wir sind sogar schon verbunden. Balken sind schon da. Ich bin also schon im E-Plus-O2-Netz. Nächster Schritt, Nutzungsbedingungen. Nehme ich natürlich an, sonst kann ich das Gerät nicht wählen. Jetzt die große Frage. Netzwellen, E-Plus, klar, mit Aldi-Talk. Weiter geht es. WLAN-Einrichtung. So, könnte ich jetzt überspringen. Aber ich bin zu Hause, ich habe ein WLAN. Deswegen mache ich jetzt natürlich auch die Einrichtung über das Faultierland. So, verbunden mit dem Faultierland. Weiter geht es. WLAN-Optimierung. Und ich kann schon mal sagen, das Tippen vom Passwort, das ist schon, war gerade angenehm. Also man merkt schon, dass es ein großes 5-Zoll-Gerät ist. Das kommt hier wirklich gerade positiv rüber. Auch vom Tippgefühl, auch von der Schärfe. Ich merke, endlich habe ich hier ein HD-Ready-Display verbaut. Microsoft ist endlich bei den Einstiegs-Lumia-Geräten auf die Schiene oder auf dieser Schiene. Und das sieht hier wirklich schön scharf aus. Ich sehe jetzt keine Pixel. Ja, ich sitze etwas weiter hinter der Kamera, als ich das Gerät normalerweise vor die Euglein halten würde. Und natürlich geht das auch noch schärfer, aber wir sind hier bei um die 300 Pixel PPI und das geht. So, WLAN-Optimierung. Automatisch mit WLAN-Netzen verbinden und Bedingungen akzeptieren. Zulassen das im Zugriff der WLAN-Netzungen mit Kontakten austausche. Bitte was? Nö, deaktiviere ich jetzt einfach mal. Handyeinrichtung auswählen. Wie soll ihr Windows Phone konfiguriert werden? Empfohlen. Empfohlene Einstellungen oder anpassen? Ich mache jetzt einfach mal die empfohlenen. Ich empfehle natürlich jeden, nehmt das anpassen und lest euch die einzelnen Punkte durch. Aber ich will doch jetzt mal wirklich rucki-zucki. Wobei, lasst mal gucken. Komm, wir gehen einen Schritt zurück. Also das nehmen wir jetzt auch noch mit. Na, ich kann hier anscheinend nicht mehr zurückgehen. Das ist ja blöd. Also wenn ihr euch da einmal entschieden habt, ich will doch anpassen, müsst ihr das Gerät jetzt einmal komplett ausschalten und dann neu starten. Naja, wir machen einfach mal weiter. Behalten Sie den Überblick. Konto erstellen, achso, mit meinem Microsoft-Konto. Natürlich, das ist jetzt wie bei allen anderen Geräten auch, sei es Android oder iOS. Um halt Apps zu installieren, brauche ich einen Account und dann logge ich mich fix mit meinem Account ein. Und jetzt gibt es nach langen Minuten endlich ein neues Lebenszeichen. Apps, die Installation einiger Apps ist noch nicht abgeschlossen. Es dauert noch einen Moment. Naja, dann gedulden wir uns weiter. So, noch ein paar Minuten später. Die Installation aller Apps ist abgeschlossen. Weiter, fast fertig. Sie sind mit der Einrichtung Ihres Handys fast fertig. Als nächstes werden Sie durch die Einrichtung von Ihrer Handy-Aktivierung geführt. Ich werde durch die Einrichtung meiner Handy-Aktivierung? Eieiei, vielen Dank, dass Sie am Programm zur Produktverbesserung teilnehmen. Nö, jetzt gerade nicht. Wobei, ich habe ja eben eh schon allem zugestimmt. Hätte ich jetzt ja auch machen können. So, und da sind wir. Und es ist, es zeichnet sich wieder ab. Wie das damals bei meinem gelben 630er war, ist es jetzt bei dem blauen 640er so. Überwiegend natürlich die Kachelfarbe blau. Das kann man natürlich alles noch ändern. Aber jetzt gucken wir doch mal. Welche Apps sind vorinstalliert? Blöd finde ich jetzt in dieser Kooperationsveranstaltung natürlich. Klar war das, dass es drauf ist. Aber das muss nicht sein. Echt so? Ah, könnte ich mich aufregen. Aber ansonsten scheint hier nichts zusätzliches installiert zu sein. Da hat sich hier der Axel Springer Stiefel Verlag mal wieder einiges kosten lassen. Denke ich mal, da als einziger vorinstalliert zu sein. Keine anderen Werbe-Apps. Nichts. Nada. Niente. DB-Navigator. Klar, gut. Ich denke, das gehört einfach dazu, wer reist. Und ansonsten Adobe vielleicht noch was. Aber nö, hier haben die Blödleute wirklich kräftig Kohle wahrscheinlich rüber geschoben. Wahrscheinlich wird das da, dieses Gerät auch in den Blättchen beworben. So, ansonsten wischen wir doch kurz rüber. Einstellungen. Denn wir wollen doch sehen. Audio, Erweiterung, Handysicherung, Updates, Werbe-Updates, Sprache, Region, Cordana, nicht verbunden, System, Helligkeit, Konten, Fahrzeug, Berüchtigung. Ah, suchen wir doch mal weiter. Denn, jetzt bin ich schon zweimal dran, vorbei wahrscheinlich. Stromspeicheroptimierung. Da haben wir es doch. Wahrscheinlich ist jetzt eine Speicheroptimierung nicht wirklich der Punkt. Aber wir haben auf dem Gerät von den 8 GB sind 3,67 GB gerade genutzt. Wofür auch immer. Aber 3,61 GB sind frei. Natürlich. 8 GB Werksangabe sind wahrscheinlich 6,4 GB im realen Leben. Dann kommt noch Windows 10 als Betriebssystem runter. Wobei ich mich dann auch frage, da ist doch einiges geht da an Speicherplatzflöten. Aber 3,5 GB stehen noch zur Verfügung. Das sollte auch für den ersten Start reichen, bevor ich hier eine Micro-SD-Karte reinschiebe als Speichererweiterung. So, und ansonsten runterwischen, Nachrichten, schließen. Okay, Flugzeugmodus, Kamera, passt alles. Und dann gucken wir doch mal ganz kurz in die Kamera rein, wenn wir diese entfinden. Die Lumia Kamera App. Denn das ist ja auch das, womit bei dem Gerät geworben wird. Hier die Rückseitenkamera mit 8, ich glaube 8 Megapixel. Bilderecke aktivieren, vielleicht später. Mach mal hinne. Ich will doch noch mal ganz kurz in die Kamera App gucken. Ortung, ja, ich will doch sehen, wo meine Fotos gemacht wurden. Und jetzt muss ich hier von der Handhabung ein bisschen aufpassen, denn die Kamera ist, naja, die Linse ist ein bisschen seltsam positioniert. Wir gucken einmal mit rum. Klick, scharf stellen, klick, klick, passt. Erst will ich mir das Ganze von, nein, Optionenmenü auch nicht, will ich mir das Ganze von vorne angucken, wie ist die Frontkamera, Frontkamera, die ist jetzt zwar hier nur mit 0,9, aber der erste Eindruck, also zum Telefonieren, zum Skypen, das ist jetzt nichts Berauschendes, aber ich sage mal, brauchbar. Ich habe mir die Frontkamera, als ich gehört habe, 0,9 Megapixel, um einiges schlimmer vorgestellt als das, was ich jetzt sehe. Jetzt unabhängig vom Motiv. So, und die Rückseitenkamera. Erster Eindruck, und ich bleibe hier immer noch dabei, das Display, endlich ein scharfes Display. Erster Eindruck, das ist hier, klar, neu aufgesetztes Smartphone, das ist natürlich schnell, aber erster Eindruck, groß, farbenfroh, unscharf von der Auflösung, toll. Also, hier bin ich gerade mal sehr von angetan. Und dann noch der On- und Off-Schalter schön an der Seite und nicht irgendwie bescheuert oben positioniert. So, das soll es gewesen sein. Einmal Richtung, kurzes Rumgucken und vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.